Willkommen bei das Silver RC. Tja, das neue Tuning Projekt 2016. Da ist es endlich. Am Sonntag hat jemand mir das vorbeigebracht und ich glaube wir werden sehr viel Spaß damit haben. Wir machen mal ein bisschen was anderes wie sonst. Eigentlich nicht, aber wache gleich mal ab, wenn ich das Handtuch da wegnehme. Ja, in Auftrag gegeben hat das der Alexander, das ist der Inhaber von Spielzeugarten, beziehungsweise der Mitinhaber, mit seiner Frau zusammen macht er das. Der meinte doch wohl, dass das wohl was für mich wäre. Ja, ich habe Ja gesagt, weil das Projekt ist schon ziemlich geil. Eigentlich wollte ich sowas nicht mehr machen dieses Jahr, aber das hat mich dann doch gereizt. Ich habe immer gesagt, mit 40 möchte ich mal einen Porsche haben. Jetzt habe ich ihn. Das ist ein Carsten 9,56, 9,85 RSR Porsche oder so. Maßstab 1 zu 5. Das ist damit auch der erste 1 zu 5er, den ich hier auf dem Kanal präsentieren kann und darf. Tja, das ist natürlich mal der Gerät. Wie ihr seht schon sehr sehr groß. Ich habe ja ganz gerne die Karo dazu und ja, ne. Da ging irgendwie wie ein Spielzeug. So, was war der Auftrag? Der Auftrag war, andere Reifen. Wir haben GRPs. Der Hammer ist noch kein Mitnehmer dafür. Die werden mir danach geliefert. Wir haben ein Soundmodul. Das ist von Team Associated. Das ist ESS1. Und genau deshalb, weil das nicht lieferbar war, hat das zu lange gedauert. Wir haben natürlich ein LED Multi Light Kit. So, und das soll da auch rein. Das Auto kennen einige von euch auch aus den Facebook-Gruppen. Das hat der gute, ich weiß gar nicht mehr wie er hieß, vom Zeig mir deine Karo. Das ist ein YouTube-Kanal für nicht RC-Modellbau, sondern für die großen Autos. Und der Pferd hat auf den Tuning-Treffen mit diesem Auto voll beleuchtet. Das sieht rattengeil aus. Mit Kamera drauf. Das ist schon geil. So, und da ich nun mal da Silva bin, habe ich zum Herrn Alexander da gesagt, pass mal auf, ich habe noch Kombos liegen gerade. Ich habe auch mal zwei meiner schnellen Autos verkauft. Lass mich da noch meinen Tenshack-Motor einbauen und so. Und ja, mache ich dann auch mal. Und dann wird dieser Wagen meinen ersten Lauf in der Speed Challenge, wird der hier sein. Das könnte interessant werden, wie schnell der werden kann. Ist natürlich von Größe und Gewicht eine ganz andere Kategorie als ein 1 zu 8er. Der wiegt glaube ich irgendwas um die 8 bis 10 Kilo. Und allein die Karosserie ist ja schon mördergroß. Wir machen die Splinte mal ab. Dann kommt ihr näher ran. Wobei so nah braucht ihr heute nicht rankommen. Also das ist schon ziemlich groß alles hier. Und ja, viel bleibt nicht über. Wenn hier mal einer ans Heck rauscht, dann ist es vorbei. Das hat geklappt. Das ist schon mal gut. Ja, was hat er verbaut? Verbaut hat er einen 1800 kv Motor mit 2200 Watt. Das hier sieht aus wie ein alter S-Run Regler. Da werde ich mal probieren, ob ich den mit der Karte programmieren kann. Das wäre ganz nice. Da ist ein 1 zu 5er Servo drin. Brachial diese Kraft. Ich habe allerdings nicht rausgekriegt wieviel Stellkraft er hat. Das muss ich dann nochmal nachreichen. CS20, Carsten CS20 ist das. Vielleicht blende ich es euch auch einfach ins Video ein. Ja, massiver Frontbumper hier vorne. So zum Anfassen und Wegschmeißen vielleicht. An- und Ausschalt habe ich jetzt auch gerade gefunden. Da hatte ich mich vorhin schon gefragt wo der liegen könnte. Ja, ich hole euch mal näher ran. So heute mal freihändig, das geht ihm doch besser. Hier seht ihr den 1 zu 8er, 1 zu 5er Regler. Das ist offiziell heißt das Ding Dragster Brushless 6s. Wir haben 2x 3s Akku Positionen, wobei ich dann einfach hier ein 6s rein klemmen würde. Das geht auch. Hier der sehr sehr lange Motor mit dem Kühlkörper. Das ist noch ein bisschen anders gelöst als ich das kenne. Aber gut, wir haben natürlich drei Differenziale. Eins in der Mitte, eins vorne und eins hinten. Und da werde ich dann auch nochmal drangehen, die so befüllen wie ich das brauche. Die Grundausstattung ist eigentlich relativ gut. Wir haben sogar schon die Stubby Kits hinten und auch vorne. Da kann man es sehen. Wir haben sehr große Dämpfer. Die wirken so ein bisschen so groß wie die von AMA. Sind allerdings Kunststoffdämpfer. Mit Alu Kappe. So macht das aber auch Sinn. Das ist schon okay so. Ja, relativ dünne Spurstangen für den 1 zu 5er. Das ist alles 1 zu 8er Ware. Und wir haben keine Pivot Ball Aufhängung, sondern den ganz normalen mit einem C-Hub. Kann man da nicht sehen. Da kann man es viel leicht erkennen. Ja. Hinten ganz klassisch mit Radträger und mit Knochen. Hört man hier schön. Und vorne haben wir natürlich eine CVD. Das haben sie gut gemacht. Ja. Ich zeige euch nochmal einmal den Lenk Zero, der so massiv groß ist. Hier sieht man den hoffentlich. Ja, da kann man den sehen. Hier immer meine beiden Finger als Vergleichsgröße. Das ist schon heftig. Empfänger Box. Da nochmal das andere Akkufach. Oben drüber ist eine Chassis Brace verbaut. Die den Flex ein bisschen vermindern soll. Wobei sie hier durchtrennt ist. Also das bringt jetzt auch nicht so viel. Naja. Naja. Oh. Und der An- und Ausschalter ist doch hier oben verbaut und nicht hier in da wo er eigentlich hingehört. Naja. Warum auch immer. Motor Silberbüchse. Ja. Aber wie gesagt 1800 KV. Das Ding ist schon ordentlich. Allerdings habe ich auch schon gesehen, dass er hier dran schleift. Ja. Da hat wohl jemand beim Zusammenbau geschlampt. Wir haben ein Stahl Hauptzahnrad. Das glaube ich braucht der auch. Der Wagen wird mit brachialer Power beworben. Das bleibt doch mal abzuwarten ob er das hat. Die beiden Mittelkaderwellen sind auch CVDs. Die sind jeweils hinten und vorne fest und dann sind die Knochen halt in der Mitte. So wie es halt auch fast überall glaube ich ist. Ja. Kann man so machen. Wie gesagt das ist alles so Technik und Größenordnung. Die kommen mir aus dem 1 zu 8 gut bekannt vor. Nur halt alles ein bisschen überdimensioniert. Im Maßstab 1 zu 5 halt. Da muss ich auch ganz schön weit zurück gehen damit ihr was sehen könnt. Was mich echt stört an der Kiste. Das ist das ich zeige alles mal hier. Das sind alles Kreuzschrauben. So eine Kacke ey. Wer verbaut dann heutzutage in einem Auto noch Kreuzschrauben. Naja. Reifen optisch wirklich sehr sehr geil. Mal gucken wie viel Grip die haben. Da das nun mal großes Auto ist werden wir mal gucken ob ich den Sonntag auf dem Supermarkt Pairplatz mal Probe fahren kann. Vorher werde ich da auch nichts dran machen. Das wird also kleckerweise die nächsten Wochen mal Videos dazu geben. Ne. Ja natürlich das habe ich vorhin vergessen. Das Auto drauf stand. Auch noch ein Aufkleberbogen. Das ist dann der Jägermeister Porsche. Den werde ich auch so bekleben. Da muss ich mal gucken wie ich das genau beklebe. Das sieht dann natürlich noch ein bisschen besser aus. Wobei diese orange eine Karo. Da seht ihr sie. Da habe ich sie eben drauf gestellt. Schon sehr sehr geil ist von der Optik. Die Farbe gefällt mir sehr sehr gut. Und ja. Bekommen könnt ihr den bei spielzeugarten.de. Toll. Jetzt hat der Aufkleber endlich mal einen Sinn. Spielzeugarten.de bekommt ihr den. Kostet ich glaube 450, 500 Euro. Irgendwie sowas um den Dreh. Und ja. Ich möchte an der Stelle vielen Dank sagen für das Vertrauen eines Spielzeugarten, die mir das Auto zur Verfügung gestellt haben. Und dann werden wir mal sehen was wir davon machen. Da freue ich mich drauf. Bis zum nächsten Mal bei der Silvarsi. Ciao, ciao.